Ich habe ihn jetzt mal gebeten, nicht zu landen. Das ist nämlich wirklich der Danzdieb, der immer fliegt. Jetzt haben wir das ja damit bekommen. So, jetzt muss es doch mal wieder flutschen, oder? Jetzt haben wir gerade echt extrem viel Pech gehabt. Ja, ein bisschen schon. Ich weiß nicht, ob er es mitbekommen hat. Der fliegt so tief, 23 Meter aktuell. Okay. Ah, Junge, ey. Nee, der will landen. Ey, wenn ich jetzt gleich wieder draufgehe, ey. Okay, schmeißt er jetzt hier Granaten? Der wird landen ziemlich dicht in deiner Nähe. Und wir piepsen schon. Und auch außerhalb der Zone übrigens, ne? Was anderes hat er sich wohl jetzt auch nicht getraut. Ich meine, er kann ja einigermaßen nicht landen, ne? Aber was macht denn der Typ hier? Oh, wir werden schon geschafft. Der landet? Ich verstehe auch gerade nicht, was der Typ hier in dem Haus mit mir macht. Schmeißt erst eine Granate. Jetzt hat er uns hier eingelebelt. Ich bin schon wieder tot, ey. Das ist so klar. Von hier kann man auch nur geschossen werden. Die sehen doch, dass der da landet. Und die müssen doch in die Zone reinrennen, weißt du? Äh, bringt reviven was? Warte mal. Soll ich es einfach mal versuchen? Ja, weil die gucken doch alle in die Richtung. Die sind super Futter für dich. Ich steig nicht mal bei diesen Skis da. Füß da ein. Ich werde jetzt mal einen eigenen Hedl holen, ey. Okay, also kann ich reviven. Nee. Die gucken doch da alle hin. Das wurde im Sniped. Da wirst du dann auch drauf gehen. Gut, dann... Kann ich mir aber zumindest mal... So, weil der Typ... War mir nicht klar, was der Typ da fabriziert. Mit seinem Granaten schmeißen. Ja, dieses Ding, der kommt auch wieder zurück. Der fliegt nur. Aber dann hört er auch noch nicht mal, wenn ich sage, dass er bitte nicht landen soll. Naja, für Landen gibt es halt mehr Punkte. Und deswegen will er wahrscheinlich... Ja, aber wenn er Pilot spielt, dann muss er sich auch ein bisschen, ne, an seine Kumpen richten. Richtig, genau. So, kommt noch jemand mit. Guck mal, die anderen fahren schon Auto, weil sie keinen Bock mehr haben zu fliegen. Ich fliege jetzt los. Genau, flieg mal. Nimm mich halt nur Lukas mit. Ich kann jetzt natürlich nicht meinen Absturz-Dings machen. Ich hoffe, der springt dann noch ab. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Es gab tatsächlich dann welche, die aus welchen Gründen auch immer sitzen geblieben sind und explodiert sind. Ja, eben, deswegen kann ich das jetzt nicht machen. Ganz ehrlich, da wo du bist... Ja. Äh, warte mal. Gefährlich? Ne, ich musste gerade schreiben, weil der mich gefragt hat, ob ich lande. Ja, jump, jump. Yeah, der hat auch super auf mich gehört. Ja, super. War das dein Heli, der in mein Haus gekracht hat? Ja, ich wollte dann zu dir kommen. Mein Haus ist weg. Sorry. Aber ich bin sehr schnell runtergekommen, weil ich kurz gut gemacht habe. Ja, jetzt habe ich gemerkt. Okay, auch so, ich habe dich nicht gefühlt. Ne, ne, ich muss mir nur ein bisschen... Nur mein Haus ist mir unterm Arsch weggebrochen. Okay. Ja, ich bin halt zu dir, ne? So, ich mach mal anrufen. Aber hier wird zu viel geschossen. Ist bei dir... Eben war es ganz ruhig. Oh. Äh, genau Richtung Norden ist, äh... Der Gegner hat einen Sprung. Also aktuell kann das Spiel sich doch noch ein bisschen hinziehen. Irgendwie... Ja, sehe ich auch so. Manchmal ging es so schnell. Was ist eigentlich mit Turm 1? Ist der besetzt? Der macht mir gerade so ein bisschen Sorgen hier. Keine Ahnung. So, galten die Schüsse jetzt mir? Ne, die galten nicht mir. Oh, das ist echt schwach. Wir haben eigentlich mehr Mitglieder... Naja, okay, der eine fliegt nur und lässt die Leute abstürzen. Oder abschießen, wäre gesagt. Turm 1... Habe ich gerade im Visier. Sieht... Auf den ersten Blick... Sieht gut aus, ne? Friedlich aus, jup. Ich würde gern zu dir, aber ich müsste halt einen riesen Umweg machen, weil hier so eine Kackmauer ist und in die Richtung war jetzt... Gerade der Gegner gewesen. Ich will nicht irgendwie, dass ich einmal um die Mauer renne und dann hat der... Immer mit der Ruhe. Nicht übereilt, sondern ganz ruhig, strategisch, sinnvoll vorgehen. Ja, das ist immer nur dieses Problem, wenn die ganze Zeit das so scheiße läuft, dann will man auch nicht gleich wieder neu anfangen. Und dann wird man wieder so anders, dann spielt man wieder ruhiger und vorsichtiger als es halt mal ein bisschen zu raplos. Oh, bei dir wird geschossen? Hier ist direkt... Ja, 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 ist auch in meiner Nähe. Hier ist... Bei mir ist leider eine Mauer. Ich muss da einmal ganz schön... Hier ist ein Fallschirm runtergegangen, da habe ich gerade noch den Schatten gesehen. Ich chill noch mal kurz hier und dann... Oh oh. Und hier vorne hat es einen... Ja, ich komme jetzt. Okay. Wo sind die? Wo sind die? Die fangen jetzt hier an rumzubomben. Oh, ich muss hier diesen scheiß Umweg machen. Hier bin ich so offen. Wenn ich gleich tot bin, wundert es mich nicht. Okay, die schmeißen hier gerade ab in meine Richtung. Ja, ich höre es. Hier unten liegt nämlich einer von uns, die sind neben mir. Die müssen irgendwo neben mir sein. Okay, der Heli kommt, das ist gut. Da hört man meine Schritte nicht so. Ich soll euch reviven durch... Durch den Flur soll ich euch reviven? Toll. Wer war das? Wer hat das gerade geschrieben? Scheiße. Das wird jetzt ein gefährlicher Akt, hier rüber zu laufen. Ach, die da. Alles klar, die da drüben. Oh, das ist einer von unsern. Das wird leider einer von unsern, ey. Oh Gott. Ich dachte, ihr werdet ein weiter. Das bist du, ne? Das bin ich jetzt, ja. Gott sei Dank habe ich noch weggezogen in dem Moment, als ich meinen Panikschuss abgelassen habe. Wo ist denn der jetzt? Da oben. Der revivet das schon. Macht der schon, ja? Ja, ja. Ah, alles klar, okay. Gut. Konnte ich jetzt... Ich war natürlich auch noch ein Stück weg. Ach, das Haus ist ja doofy. So, wo schießen die? Wo gehen die jetzt alle lang? Okay. Ich habe einen getötet. Warte, hier drin. Ja. Ich habe aber wieder... Unten steht wieder nicht, dass ich mich gekillt habe. Das ist gemein. Und zeigen sie nicht, dass sich Leute killen. Da steht doch, Ecke wurde von kleinem aus getötet. Bei mir steht das nicht. Ach doch, da oben. Ah, weil das nicht viele waren. Alles klar. Okay. Gut, ich nehme es zurück. Ich habe von mir. Ja, ich nehme es zurück. Ja, ich nehme es zurück. Ja, diesmal habe ich mir voll Zeit gelassen, weil ich wollte mich schon wieder so einen Schuss abgeben von irgendeinem Typen von unseren. und dann... Oh, ist da doch ein Gegner. Oh, jetzt liegt da drüben schon wieder einer von uns. Das kann aber alles nicht wahr sein. Oh, da liegen ja gerade mehrere von uns. Von wo werden denn die da ins Visiel genommen? Die sind noch ein bisschen weiter weg. Dann komm, lass mal wieder ein bisschen zurückgehen. Und auf die andere Seite vielleicht. Jetzt kommen Helis. Lass ihn einfach laufen. Oh, da ist jetzt weitergegangen. Lass ihn mal hier rein. Oh, hier ist schon einer drin. Egal. Oh, das ist der Jones. Ja, soll er mal da drinnen sein. Ist der gelandet? Ich würde gerne noch einen weiter in die Richtung, wo wir gerade geguckt haben. Ja, klar. Weil da ist auch Gegner runtergegangen. äh, kann das... Oh. Muss unsere Leute... Ne, da ist ein Gegner. Schräg gegenüber, wenn ich rausgucke. Ich sehe ihn nicht mehr, deswegen... In dem Haus? Schräg gegenüber, wo ich rausgucke. Ja, mein ich ja. Mein ich ja in dem Haus. Genau. Oben war er aber erst in Richtung, wo man rausgeht. Deswegen kann es sein, dass er auch nach hinten weg ist. Oder er guckt nach hinten. Das kann ich jetzt hier nicht einsehen. Ich habe ihn nur kurz versehen. Ähm, schießt du? Nein, nein, nein. Ich schieße nicht. Oh, noch wird geschossen. Ups. Hat es sich zerrissen? Ja. Wie üblich. Scheiße. Aber von wo? Wie viel Meter? Ähm, 40. 40. Relativ nah. Okay. Das war wahrscheinlich der drüben. Äh, äh. Der müsste hier unten irgendwo sein. Äh, der da oben ist auch tot übrigens. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt fühlen sich vielleicht sicher und kommen gleich rein. Okay. Dann warte erstmal. Okay, ich habe ein paar Schritte. Definitiv keiner von uns. Oh Gott. Ich habe mehrere Schritte. Aber